Jo, wenn ihr günstige Unlock-All-Accounts oder Account-Boosts sucht, erster Link in der Videobeschreibung, gibt es für alle Plattformen da was, also schaut vorbei. Heute, ich habe mit Apex zusammen einen neuen Moneyjob. Im Hintergrund seht ihr gerade wie diesen Moneyjob beitritt. Falls ihr so eine Einladung bekommt, könnt ihr einfach die Einstellung so lassen wie sie sagen, oder stellt ein Radio aus, was eigentlich heute lieber ist. Das ist der Überlebenskampf Moneyjob. Den könnt ihr gerne zuviel mit euren Freunden spülen und ja, wenn ihr da jetzt beitretet, steht der Account von 18 Sekunden oder 19. Wenn dieser Account dann abgelaufen ist, wir hättet ihr einfach 100.000 GTA Dollar in der Sekunde kriegen. Ihr dürft nur nicht sterben, sonst ist der Job vorbei. Und um da in diesen Job dann einzukommen, müsst ihr einfach dieses Video liken. Bestenfalls abonniert sie mich, Glocke aktivieren wäre auch noch nice. Und dann schreibt sie einen Konsolen-Name oder Social Club Name, je nachdem auf was ihr spült. So oft ihr kennt es in die Kommentare, je öfter ihr kommentiert es, desto höher ist die Chance eingeladen zu werden. Und ihr werdet euch jetzt noch sagen, also nicht gestummen, ihr werdet euch jetzt noch sagen, wenn ihr in freien Modus geht, dass ihr ja wirklich das Geld bekommt. Ihr geht jetzt einmal in freien Modus. Also kommentiert, folgt es mir auf Instagram, folgt es mir auf YouTube und dann sehr gute Chancen in diesen Moneyjob einzukommen. Und den besten Moneyglitch auf meinem Kanal. Heute habe ich wirklich den besten Moneyglitch, den es zur Zeit gibt, bei dem ihr einfach 10 Millionen Dollar in der Sekunde bekommt. Und das ist ein After-Batch Moneyglitch. Das heißt, dieser Glitch wird für immer funktionieren in diesem Spiel. Das heißt, wenn ihr jetzt den Glitch macht und in zwei Jahren nochmal bei einen neuen Update. Normalerweise braucht dieser Glitch noch zu 100% funktionieren. Deswegen, ja, macht es auf jeden Fall noch. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, ihr wisst es alle Bescheid, nicht direkt aufgeben. Zweites Mal funktioniert. Wenn es beim dritten Mal nicht funktioniert, würde ich mal GTA neu starten oder noch Updates überprüfen, ob es irgendeine Updates gibt. Und ja, auf jeden Fall, dieser Glitch funktioniert ob der Version 1.5 war. Dort, wo das neue DLC gekommen ist, ist dieser Glitch gebatcht geworden. Und ich habe jetzt eine After-Batch Version davon gefunden. Die, was niemals gebatcht werden wird. Also gönnt euch dieses Video. Macht den Glitch auf jeden Fall noch. Und ja, würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem ganzen Glitch. So, als erstes Mal für diesen Glitch, müsst ihr ins Interaktionsmenü gehen, auf Markierungen ausblenden, müsst Jobs einige einblenden. Das ist wichtig, weil dann findet ihr oben, neben diesem Kleidungs-Shop, ähm, Kleidungs-Shop, ist gerade das RC Bandito-Rennen. Das wird da, wo ihr diesen Glitch seht, nicht mehr da sein. Aber daneben ist so ein Kleidungs-Shop, an dem könnt ihr orientieren. Wenn ihr dann einfach links dabei geht's, werdet ihr drei so Sterne finden. Und der, was am nähersten beim Dennis-Platz ist, den holt euch einfach. Da nochmal die Markierung, dass ihr mal wirklich findet. Und dann fahrt ihr einfach mal zu diesem Job rum. Wie gesagt, dieser Glitch wird für immer funktionieren. Und das ist wirklich ein schneller Glitch. Ihr kennt diesen Glitch, wenn ihr gut seid. In drei Minuten schaffen. Also drei Minuten für, je nachdem wie viel Geld ihr holen wollt. Und jetzt noch wichtig zum sagen. Holt euch mit diesem Glitch maximal 100 Millionen GTA-Dollar am Tag. Mehr würde ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr euch 100 Millionen GTA-Dollar am Tag holt. Yo, sorry Leute, ich war es mitten in der Aufnahme jetzt. Aber diese zwei Sachen, was ihr jetzt redet, also das, was ich gerade erzähle, mit 100 Millionen am Tag und so. Das ergibt jetzt noch diesen Clip keinen Sinn mehr, weil ihr kurz aufklärt habt, zum Aufnehmen, weil gerade unser Discord gegrift worden ist. Also joinst jetzt auf jeden Fall alle, mein und AVEX gemeinsam im Discord. Den neuen Discord lieg ich es in der Videobeschreibung. Und der zweite geht es weiter mit dem Video. Und dann geht das schon. So, also für diesen Glitch, ihr müsst eigentlich nur noch eine kleine Sache machen. Diesen Job einmal beitreten. So, ihr dreht da jetzt einfach bei. Und ihr seht, es sind vier bis acht Spieler. Jetzt geht es auf Einstellung, Bestätigung, geht es auf Schnellstart. So, jetzt werden die Spieler eingeladen. Jetzt wartet ihr so circa zehn Sekunden und dann verlässt sie das Ganze mal. Wenn ihr es jetzt verlassen habt, wird neben euch gleich einmal ein Rennen sein. Das ist direkt das da unten, die Straßen entlang. Zu diesem Rennen müsst ihr jetzt hinfahren und dann habt ihr den Glitch eigentlich schon fast fertig. Deswegen einfach umfahren. Zack. Und ihr müsst dann dort beitreten, dieses Rennen starten. Und sobald ihr im Rennen seid, werdet ihr zehn Millionen GTA-Dollar kriegen. Pro Sekunde natürlich. Deswegen, easy Glitch, kann jeder von euch noch machen. Es ist einfach, Einstellungen bestätigen und Spielen drucken. Da weil ihr Spielen druckt, jetzt könnt ihr gerne mal euren Xbox Social Club oder Instagram oder PS4-Norme in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr auch mit guten Chancen zum Money-Job eingeladen werden. Jetzt der letzte Schritt. Ihr müsst dort zum Checkpoint 3 fahren. Und sobald ihr im Checkpoint 3 seid, werdet ihr zehn Millionen GTA-Dollar bekommen. Wenn ihr wollt, dass ihr kein Geld mehr kriegt, werdet ihr. Ihr müsst einfach zum nächsten Checkpoint fahren und ihr habt das jetzt Checkpoint an. Ihr seht es ja, wenn ihr nach unten druckt. Ich bin jetzt bei Kontrollpunkt 3. Also ja, dann ist es 4. Ihr müsst durch den dritten auf jeden Fall durchfahren. So, zack, ihr kriegt zehn Millionen Dollar. Ja, ihr müsst jetzt einfach nur warten und jetzt wartet ihr. Ihr kennt ihr einfach. Irgendwie Gummibandeln, Kontrollern und so. Aber dadurch, dass ihr maximal 100 Millionen am Tag machen solltet, also einfach nur. Ja. Harin an AFK stehen und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Ciao. Jo Leute, das ist unser neuer Discord. Ein Discord von mir und Averx. Joinst da alle. Jeder, der bis zum 20. Dezember noch joint zu diesem Discord bekommt, direkt eine Moneyjob-Einladung von mir. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist oben, wenn ihr in Discord beigetreten seid, schreibt ihr einfach mal Hey oder so. In den Chat eine. Der wird noch aufgebaut. Kein Stress. Und dann geht ihr einfach auf meinen Namen oben und schreibt es mir, so wie wenn ihr jetzt das Steuergeek könnt ihr da schreiben. Hey, bin im Discord und dann kriegt ihr direkt von mir eine Moneyjob-Einladung. Also jeder, der jetzt noch joint den Discord bis zum 20. bekommt direkte Einladung. Also alle. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao.